Mein Name ist Andreas Müller. Ich habe eine Lebensgefährtin und zwei Kinder. Ich bin von Beruf Kaufmann und betreibe ein Alten- und Pflegeheim in Oberroth. Mein Sohn ist 17, macht gerade eine Lehre zum Koch. Meine Tochter Emily, die ist neun und geht momentan noch zur Schule und sind beide mein ganzer Stolz. Wir gehen einfach hier in der Umgebung, in der Freizeit und fahren da abends ins Allgäu zum Kurzurlaub machen. Glück ist, dass meine Familie gesund bleibt. Wenn ich gewinne, würde ich das Geld für meine Kinder und für das Alter und für spätere Zeiten dann anlegen.